Kein Wacke-Kontakt. Kein Wacke-Kontakt. Danke für Überstattung. Schönen Abend zusammen. So, die Herrschaften, bitte die Gespräche einstellen. Danke. Ich hab eine sehr nette E-Mail oder besser gesagt Nachricht bei Lokalisten rumgeschickt. Und weil da so nette Kommentare dazu kamen, einer ungefähr, circa, hab ich mir gedacht, lass ich mir doch nochmal was einfallen. Die ersten beiden Texte werden euch dann von diesem ersten Auszug meines Gedichtbandes, den es jetzt bald geben wird, bekannt vorkommen. Hallo, liebes Freundesvolk. Ich nur einmal kundtun wollte. Eure Schirmherren Erwin und ich. Ja, die beiden freuen sich. Gekommen ist ein großer Haufen. Es steht da jetzt, es ist nur ein kleiner Haufen. Gekommen ist ein großer Haufen, auch wenn die meisten bloß zum Saufen. Der Grund ist uns auch scheißegal. Noch dazu, der Rausch legal. Das passt vielleicht auch ganz gut. Live Musik und Stock. Die Folgen, macht euch da mal keine Sorgen. Ja, lange Rede, gar kein Sinn. Prost, Salute und Tschin Tschin. Ja. Ja. Ja.